Wer bist du? Oh Gott! Wie schlimm. Was soll der hier eigentlich immer? Den können wir aufziehen. Was ist mit dem denn? Habe ich etwas auf meinem Gesicht? Okay, ich liebe dich. Tschüss. Okay. Mist, ich kann nicht essen. Hey, du willst eine Krawatte? Oh, das funktioniert nicht. Schade. Was ist das denn? Nippentellnet. Oh, der Sound. Ich habe leider keine Nummer und ich wüsste auch nicht, wo ich die Nummer herbekommen würde. Letztendlich schließlich mit allen Leuten und fast allen Leuten geredet. Was ist mit diesem Typen hier? Können wir den irgendwie anlabern oder? Oh, wir können mit X springen. Das wüsste ich gar nicht. Nee, was noch einmal. Einfach mal hier in die... Durch die... Tür. Reception. Aber nicht Kyrillisch. Das ist Kyrillisch. Äh... Ich bin Angst, dass du keine Begründung hast. Entschuldigung, ich kann dir nicht zu accessieren. Brechtiev Nerd, nein. Brechtiev Nerd, nein. Ich bin Angst, dass du keine Begründung hast. Entschuldigung, ich kann dir nicht zu accessieren. Entschuldigung, ich kann dir nicht zu accessieren. Okay, was ist das denn? Alles in Lunchtime. Oh, 4 Stunden auf 6 Uhr. Kommandis Plotting. Brechtiev Nerd, nein. Du hast keine Sicherheit der Sicherheit. 3 Viertel 7 Uhr. Ja, ok. Ich sehe ja schon! Du siehst nichts. Du siehst nichts. Er sieht nichts. Er sieht einfach nichts. Oh. Du siehst nichts. Okay, er sieht doch was. Dann nehmen wir halt den Fensterputzerfahrstuhl. Können wir noch weiter hoch? Nein, können wir nicht. Boah, was für ein Ausblick. Oh! Oh! Yeah! James Bond! Würde ich mir nicht merken. Hier ist ein 1A-Sekret, das wir nicht verwenden können. atas Mann. Benest Du siehst?